Guten Tag und herzlich willkommen bei der Praxis Schwegler. Unsere Facharztpraxis für Psychiatrie und Psychotherapie bietet ein ganzheitliches Therapiekonzept, bestehend aus verschiedenen Psychotherapien sowie traditionell chinesischer Medizin mit dem Schwerpunkt Akupunktur. Seitens der Psychotherapie bieten wir systemische Therapie, Paar- und Familientherapie, Hypnose-Therapie sowie Therapie und Coaching bei Problemen am Arbeitsplatz an. Unser Akupunkturkonzept umfasst die herkömmliche Nadelakupunktur, die schnell wirksame und eher symptomorientierte Ohrakupunktur und die sehr moderne Stoßwellenakupunktur, bei der die Akupunkturpunkte ohne den Einsatz von Nadeln nahezu schmerzfrei aktiviert werden. Unser Akupunkturangebot umfasst neben psychischen Erkrankungen auch alle körperlichen Indikationen von A wie Asthma bis Z wie Zahnschmerzen. Da unsere Praxis voll Krankenkassen anerkannt ist, werden sowohl unsere psychiatrische und psychotherapeutischen als auch unsere Akupunkturleistungen von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Für weitere Informationen zu unserem Angebot möchten wir Sie gerne einladen, sich auf unserer Homepage unter www.praxisschwegler.ch umzuschauen. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 061 422 1122. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir meist nicht persönlich ans Telefon gehen können, da wir uns in Behandlungen befinden. Wir rufen Sie allerdings möglichst zeitnah zurück. Per E-Mail erreichen Sie uns unter info at praxisschwegler.ch Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Praxis und Ihnen noch einen schönen Tag.